Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Dann wollen wir mal. Kommt sie nicht mit rein? Und ist auch wieder am hecheln. Ghosty ist auch wieder dabei. Hübsch. Ich habe ihn auf dem Volk. Der Spirit des Mountain. Mein Herz hat mich nicht verletzt. Wimbar hat sich bereitgestellt, um einen Milfruchtemann zu joinen. Was that why you came in here? To confirm that supposition? To understand, yes. As the years passed, Moiminundanem grew more and more distant to me. I thought at first it was due to his status and the invasion of the Ranaikse. But now I see that he was hearing the call of anonmilfruchtemann. He had no choice but to answer it. Oh, Wimbar. Why did you not share this with me? Okay, wir müssen hier solche Dinge wahrscheinlich finden. Ich folge ihr einfach. Sie kennt anscheinend den Weg. Jetzt ist sie dahin. Sie kennt tatsächlich den Weg. The Donegada metamorph differently according to the place they are bound. Yes. The Senolmenawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Wimbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Donegad surrenders to anonmilfruchtemann. I hope only to have the time to bid him farewell. Given how well hidden this seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. you're going to have to do. This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. It seems that this door is just in front of a circle of stone. Da sind zwei Altars und zwei Seeds. The Donegada seals bestimmte Sacred Places mit Root-Doors. Ja, ich habe in den gleichen Barrieren. Es ist alles eine Sache, zu finden den richtigen Seed. Aber hier sind zwei, die sind unterschiedlich. Für einen, die Flower Motivs sind zu zeigen, welcher Plant braucht. Das ist möglich. The Caverns of Knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Donegada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second Plant? The Initiates also learn by listening to their masters. Hier liegt aber sonst nichts rum, ne? Ne. On this one we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see a path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves to Enonmiel Frichtmen. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we have learned from studying these paintings, we should be able to find Finbar. I just hope there is still enough of him left to answer us. What do you hope to ask of him? We hope that he will agree to take us into the sanctuary of Dorhad Genedou. What do you hope to ask of him? Why would the Ranaik say? It matters not. My head spins. I will wait for you outside. Please, go ahead. We will join you shortly. I have a feeling we shouldn't have let this woman leave on her own. Sarah is upset and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. This door is locked. Sarah has put us in a very tricky situation. She did not want us to find Finbar. Come, these caves often have several exits. Ah, toll. Ich könnte ja jetzt hier runter und dann da, aber das ist wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, oder? Doch, hier ist... Ach doch, da ist er noch. Hier ist doch noch was. Gucke mal. Das sieht aus, als wenn da jemand drinne wäre. Wie ein Mensch. Wie sah das jetzt aus? Ach, gucke mal. Kann man hier auch noch mal runter gucken. Finde den Pfad in den Berg. Alles klar. Den Pfad in den Berg. Hier ist ein Pfad, aber den können wir nicht wegklimmen, oder? Nee. Was ist das hier? Warum ist hier... Giftfallen? Ähm, hier hoch? Jetzt erstmal wieder gleich mal auf die Karte gucken. Reisen könnte ich nicht, ne? Doch, Win Heavens Lager. Da müssen wir hin. Hä, und jetzt müssen wir trotzdem wieder weiterlaufen. So, wir müssen jetzt hier... Scheiße, was ist das denn für ein... Achso. Das sind die Dinger. Okay. Mein Gott. Das wird so nix Mein Gott, ey! Okay. Okay. Ich scheiß drauf jetzt. Sie kann es einfach nicht mehr. Was ist das denn da? Eine Hütte von der... Hier muss es irgendwo hochgehen. Ich habe deswegen den Viecher nicht gesehen. Gehen wir erstmal hier rein, wegen den Fähigkeiten Altar. Ach, ernsthaft. Was ist das denn da? 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 Das wäre hier definitiv meine Badequelle, ey. Meine geheime. Ich tue mal speichern, vorsichtshalber. Ich traue hier nichts. Nichts und niemanden traue ich hier gerade. Was ist das denn da? Oh, das ist das denn da. Oh, das ist das denn. Oh, das ist das denn. Das ist das denn da? Ja, das ist das denn. Chol. Oh. Oh, was ist das denn? Oh. 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 Oh, oh. Okay, weiter geht's. Können wir mal schön umgucken und wir doch noch diesen einen Samen finden. Man weiß ja nie... Irgendwas schläft hier. Oh nein! Bewegt sich das da vorne? Oh, da schnarcht irgendwas. Ich hör das doch. Und Death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Prost du issa rechnes diri! You have no magic left! Drink a potion! Move away! Things are about to get dicey! Ich kann nichts sehen! Die wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Weil die waren jetzt nicht allzu stark. Also fand ich jetzt zumindest. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich weiß auch nicht. Boah, sieht das krass aus. Das sieht so krass aus! Boah! Vor dem vierde ich definitiv Schiss, ey. Es gibt zwei Höhlen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist, in welche wir gerade reingehen. Wann ja die... Die führt auch hinaus. Ja gut, du bist ja eh wach, ne? Liebchen! Oh Things are about to get dicey You're running out of energy drink a post Oben geht noch ein Vieh spazieren Ist das jetzt schon wieder wichtig, wo wir hingehen? Ich folge dem Weg hier einfach mal Oh Knochen Das ist so Nett, ne? Okay, dann reisen wir da mal hin Das ist auch lustig, dass wir jetzt von der Höhle hier hin gebeamt werden und dann gleich wieder in die Höhle rein Ah, das ist so Oh, doch nicht in der Höhle, wo sind wir denn? Oh, das ist ja mal schön hier Äh, ich laufe einfach mal Oh, guck mal, der Hirsch, der geht auch baden Sollte mir das denn jetzt irgendwas sagen? So nach dem Motto Wir sind im Arsch oder sonst irgendetwas? Oder ich bin geliefert Ach, mein Gott Ach, da sind die Federn Jetzt sehe ich sie auch, okay Ich dachte gerade die ganze Zeit, wo sieht die die Federn? Ich sehe die überhaupt nicht Ach, der Platz sieht gut aus zum Kämpfen Okay, was soll das hier für ein Ort sein? Was ist jeder hoch? Over there, more feathers Oh, da ist noch so ein Fähigkeiten Oh Toll Oh, Professor Seraphine ins Gericht Titelmach Äh, äh, äh Ihr findet die überstellte Musizur in dieser Kiste Sollte genug vorhanden sein, um die Kreatur zu bekämpfen Von der ihr uns erzählt habt Mit guten Gewehren ist es sicherlich viel einfacher, gegen eine fliegende Kreatur zu kämpfen Und wünsche euch eine erfolgreiche Jagd Was? Scheiße Aber was ich immer nett finde, ist, wir haben immer direkt hier so ein Lagerding Lagerding So, wo war das jetzt nochmal? R, T und A, alles klar, R, T und A Gut So, wo wir jetzt nicht in der Mitte So, wo wir uns in der Mitte Und wo wir uns in den Hohen Hier ist ein Er weiß, wie er seine Wohnung beschädigt hat. A stone Altar. Er ist wie die, die sich die Passage zu Mevs Sanctuary beschädigt. Das muss ich an, wo ich die Seed place. Und hier ist eine andere Altar. Da sind zwei Seeds notwendig, um die Passage zu openen. Wie können wir lernen, welcher Seed braucht? Dieser High King hat sich wie ein Hermit für Jahre alt. Ich weiß, dass er seine Sehre zu vielen Menschen erklärt hat. Du bist richtig. Wir müssen diese Sarah finden. Die Seed, die ich habe, ist nicht genug. Ich muss Sarah finden. Sie kann sie helfen. Lass uns zurückkommen. Dann fragen wir mal diese Sarah. Aber ich denke, wenn ich da jetzt sowieso auf so einen Kampfvogel treffe, möchte ich das jetzt eigentlich noch nicht so gerne tun. Ich glaube, dann gehe ich erstmal mit zu Konstantin. Was? Ja, hier? Ja, hier? Wo soll sie denn sein? Ist gar nicht im Dorf. Okay, doch. Hier ist ja auch noch was von dem Dorf. Wie soll sie hier sein? Sie wissen, wie sie sie finden. Wenn sie hier kam, sie haben uns in den Grotto verraten, sie hätte sie gesagt, dass sie wir kommen. Also, wenn sie wo sie ist, sie werden uns nicht sagen. Diese Frau kennt die Mäuern wie die Linen in ihr Pocken. Wenn sie sie nicht mehr wegzunehmen, wird sie nicht finden. Und ich sage Ihnen, dass mein erstes Ziel ist, zu retten Ihre Cousin. Ja, das stimmt. Wir müssen finden Konstantin. Der High King kann warten. Ah, jetzt müssen wir erst finden. Jetzt müssen wir doch erst Konstantin finden, bevor das hier weitergeht. Das ist doch mal nice. Schöne Sache. So, das scheint nicht sehr weit von hier zu sein. Ähm, ein bisschen hoch. Das ist der Camp, das Konstantin's Escort muss aufbauen. Es war nicht ein Landslide, das das gemacht hat. Aber ein Kampf. Ein zieler. Ich hoffe, unser kleiner Gauvernor hat es geschafft. Die Knauern, die Knauern, die Knauern sind. Das ist der Knauern. Das ist der Knauern. Okay, und das ist hier lang. A stampede passed by here. Our soldiers must have fled the area and taken this path followed by their assailants. This is a sacred place of a native cult. No doubt this is where Katisak and Konstantin were going. It isn't really a place of a cult. But rather a place of... Anchoring. A place where Donegada perform a ritual to become Sinolmenawi. These places are charged with great energy. Perhaps Katisak wanted to use it to bring relief to your cousin. Perhaps. But there are bodies. And without a doubt there was fighting here. Search the place. Let's see what we are able to find. The corpses of both men and beasts. These soldiers fought dearly to the end. Neither Konstantin nor Katisak are amongst them. The crater. Without a doubt caused by an explosive potion. The soldiers might have been carrying them. They must have been desperate to have taken such drastic measures. This blade is a native ritual knife. And this bowl contained a potion. Someone wanted to perform a ritual here. Could Katisak have found a better means to alleviate Konstantin's symptoms? Konstantin and Katisak must have been visiting this place. Perhaps performing some sort of healing ritual when the attack took place. The soldiers intervened and many fell during the fight. But a group escaped down this path. We need to continue following their tracks. Ja, ich muss jetzt aber Schluss machen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ja, ich muss jetzt mal.